Norddeutscher Rundfunk 2021 Ah, einer ist bereit fürs Interview. Und? Spielst du heute? Ja. Anfangs elf? Sicher? Sicher. Start elf? Ja. Bereit fürs Testspiel? Ja. Schlagen wir die heute? Ich sag unentschieden oder knappes 3-2 für uns. Unentschieden habe ich nicht gehört. 3-2 für uns? Wird besser als das erste Mal heute Kapitänin. Fühlst du dich? Ja, aufgeregt ein bisschen. Aber ist ja Testspiel. Rocken wir die Bude? Hoffentlich. Hoffentlich? Habe ich nicht gehört. Rocken wir die Bude? Ja. 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 Hoch an! All I need is your love tonight 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 All I need is your love tonight